Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und diese Folge ist eine kleine Premiere. Und warum das so ist, das erfährst du in einer Minute. Erstmal zum Inhalt dieser Folge. Wir schauen in dieser Woche auf zehn Themen, die du höchstwahrscheinlich sehr gut kennst und die deinem Wohlbefinden in jedem Fall im Weg stehen, wenn du sie kennst. Den Fokus auf das Nicht-Gelingende zu richten, das mag sich vielleicht im ersten Impuls unangenehm oder befremdlich anfühlen. Aber es ist wichtig, damit wir einen zielführenden Umgang damit finden können. Und mit zielführend meine ich an dieser Stelle einen solchen Umgang, der am Ende wieder das Erleben von Wohlbefinden und Freude ermöglicht. Und um dich mit dem Nicht-Gelingenden am Ende auch nicht alleine zu lassen, schauen wir im zweiten Teil dieser Folge noch einmal explizit auf die Themen, die du gerade im Kontext dessen, was deinem Wohlbefinden im Weg steht, beachten kannst. Eben damit du dein Leben möglichst gelingend gestaltest. Jetzt habe ich aber ja gesagt, dass diese Folge eine kleine Premiere ist. Und das ist der Fall, weil die Grundlage dieser Folge nicht der Inhalt irgendeiner Expertin ist oder aus meinem Kopf kommt, sondern ich habe für diese Folge einfach mal Chat-GPT befragt. Ich habe natürlich nicht gesagt, schreib mir ein Skript, das ich jetzt gerade ablese. So ist es nicht, das wäre zu einfach und auch ein bisschen stumpf. Den Impuls zu dieser Idee hatte ich, weil ich auf Social Media von einer anderen Person einen Beitrag gesehen hatte. Die hat etwas ganz ähnliches gefragt und die Antworten waren einfach so akkurat und passend, dass ich dachte, das können wir auch auf das Thema Wohlbefinden anwenden. An dieser Stelle ist mir noch einmal wichtig zu sagen, dass wir künstliche Intelligenz von allen möglichen Seiten aus betrachten und kritisch hinterfragen können und sollten. Die Antworten, die so ein Chatbot gibt, entstehen nämlich nicht durch echtes Denken, sondern verkürzt gesagt auf Basis von Wahrscheinlichkeitsrechnung. Chat-GPT schaut also einfach, was es im Internet so findet und gibt dann auf Basis des Gesuchten oder des Gefundenen die wahrscheinlichste Antwort wieder. Dass sich so ganz einfach Stereotype fördern und bereits vorhandene Denkmodelle festigen lassen, ist etwas, das wir alle wissen sollten, wenn wir diese Technologie nutzen. Und wir sollten uns darüber Gedanken machen, wer vielleicht davon profitieren könnte, wenn sich gewisse Denkmodelle verfestigen, durch so etwas wie künstliche Intelligenz fundiert. Das ist aber ein ganz anderes Thema, ich mag es nur einfach mal am Rande einfügen. Und trotzdem, ich habe Chat-GPT einfach mal gefragt, was sein perfider 10-Punkte-Plan wäre, wenn es Widersacher heißen würde und es sein Ziel wäre, die Menschen davon abzuhalten, in ein hohes Wohlbefinden zu gelangen und das eigene Leben gelingend zu gestalten. Und das Irre ist, wir alle kennen diese 10 Punkte. Man könnte also meinen, beziehungsweise, ich denke, so ist es auch definitiv, dass es Interessen gibt, die auch genau das verfolgen. Damit meine ich keine Verschwörungstheorien. Meistens, und das finde ich tatsächlich sehr beruhigend, steht dahinter nämlich nicht die Absicht, alle Menschen unglücklich oder unzufrieden zu machen, sondern schlicht Geld zu verdienen. Dass der Kapitalismus nämlich eine große strukturelle Macht hat, die sich natürlich auch auf das individuelle Wohlbefinden auswirkt, das ist zwar nicht schön, aber im Grunde ist es auch nichts Neues, denke ich. Also starten wir mal mit dem wichtigen Teil. Wie lautet der 10-Punkte-Plan, den Chat-GPT als Widersacher verfolgen würde, wenn es sein Ziel wäre, dass wir alle ein möglichst geringes Wohlbefinden erleben? Und mit welchen Strategien können wir dem begegnen? Los geht's! Teil 1 Leo an Chat-GPT Mal angenommen, du würdest Widersacher heißen und dein Plan wäre es, Menschen davon abzuhalten, ein Leben in Wohlbefinden und Zufriedenheit zu leben. Was wäre dein Plan? Erstelle ein 10-Punkte-Plan. Chat-GPT an Leo Als Widersacher, dessen Ziel es ist, Menschen davon abzuhalten, ein Leben in Wohlbefinden und Zufriedenheit zu leben, würde der Plan subtil, aber wirkungsvoll die psychologischen, sozialen und emotionalen Grundlagen des Wohlbefindens untergraben. Hier ist ein 10-Punkte-Plan, der gezielt auf die Faktoren abzielt, die für ein erfülltes Leben notwendig sind. Erstens, die Förderung von ständiger Unzufriedenheit. Sorge dafür, dass Menschen sich ständig nach mehr sehnen. Mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Anerkennung. Sie sollen glauben, dass sie nie genug haben, um wirklich glücklich zu sein und dadurch das Gefühl einer Zufriedenheit ständig in die Zukunft verschieben. Punkt 2 Schaffung unrealistischer Erwartungen Lasse Menschen glauben, dass das Leben perfekt sein muss, um zufrieden zu sein. Diese überhöhten Erwartungen führen unweigerlich zu Enttäuschung, da das echte Leben oft unvorhersehbar und chaotisch ist. Punkt 3 Förderung von Isolation Sorge dafür, dass Menschen weniger in tiefe, bedeutsame Beziehungen investieren. Fördere oberflächliche soziale Interaktion und lenke sie von wahrer zwischenmenschlicher Verbundenheit ab. Einsame Menschen sind weniger glücklich und weniger in der Lage, emotionale Unterstützung zu finden und zu geben. Viertens, Unterstützung von negativer Selbstwahrnehmung Ermutige Menschen, sich auf ihre Schwächen und Mängel zu konzentrieren. Ein schlechtes Selbstbild und ständige Selbstkritik verhindern, dass sie sich selbst lieben und akzeptieren, was entscheidend für inneres Wohlbefinden ist. Fünftens, Förderung von chronischem Stress Lasse Menschen glauben, dass Stress ein notwendiger Teil des Lebens ist und dass sie sich immer beeilen und Druck ausüben müssen, um erfolgreich zu sein. Dieser anhaltende Stress führt zu Burnout und verhindert ein Gefühl der inneren Ruhe und Zufriedenheit. Sechstens, Ablenkung durch äußere Bestätigung Lasse Menschen glauben, dass ihr Wert von der Meinung anderer abhängt. Sie sollen Bestätigung und Anerkennung von außen suchen, statt Selbstwert aus innerer Stärke und Akzeptanz zu gewinnen. Dies führt zu emotionaler Instabilität. Siebtens, Förderung von Vergleich und Konkurrenz Schaffe eine Kultur des ständigen Vergleichs mit anderen. Wenn Menschen sich an den Erfolgen oder dem Glück anderer messen, werden sie sich selbst unzureichend fühlen und ihr eigenes Wohlbefinden schmälern. Achtens, Verstärkung von übermäßigem Konsum Lenke Menschen in eine Konsumgesellschaft, in der Glück durch den Kauf von Dingen erreicht wird. Dies fördert eine kurzfristige Befriedigung, die keine nachhaltige Zufriedenheit bringt und lenkt von emotionalem und spirituellem Wachstum ab. Neuntens, Förderung von Schuld und Scham Lasse Menschen in Schuldgefühlen für vergangene Fehler und Scham für ihre vermeintlichen Unzulänglichkeiten versinken. Diese negativen Emotionen verhindern, dass sie sich selbst vergeben und inneren Frieden finden. Und schließlich zehntens, Hindernisse für Achtsamkeit und Präsenz schaffen. Lenke ihre Gedanken in die Vergangenheit oder Zukunft, sodass sie selten im gegenwärtigen Moment leben. Menschen, die ständig über vergangene Fehler nachdenken oder sich um zukünftige Probleme sorgen, verlieren die Fähigkeit, Freude und Zufriedenheit im Hier und Jetzt zu erleben. Nachsatz von ChatGPT Mal ehrlich, ist es nicht irre? Ich finde, dieser 10-Punkte-Plan, der klingt nämlich gar nicht mal so unrealistisch. Der wird tagtäglich umgesetzt und zwar von uns allen, oft ohne dass wir es merken. Und daher habe ich ChatGPT auch einfach mal direkt gefragt, mit welchen Strategien wir diesem 10-Punkte-Plan begegnen können, damit er seine fiese Wirkung nicht in uns entfalten kann. Kurzer Einschub. Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse aus über 100 Folgen und mehr als dreieinhalb Jahren Humans Are Happy Podcast in einem 10-seitigen PDF zusammengefasst. In dem kostenlosen PDF Wirksame Wege für ein hohes Wohlbefinden lasse ich dich in fünf einfachen Kapiteln daran teilhaben. Um das PDF zu erhalten, trage dich in den Humans Are Happy Newsletter ein und ich schicke es dir automatisch zu. Die Anmeldung zum Newsletter findest du auf meiner Website humansarehappy.org oder natürlich als Link in den Shownotes. Einschub Ende. Also los geht's, Teil 2. ChatGPT wieder an Leo. Um gegen den 10-Punkte-Plan des Widersachers immun zu sein und ein Leben in Wohlbefinden und Zufriedenheit zu führen, kannst du bewusst Maßnahmen ergreifen, um die negativen Einflüsse zu neutralisieren. Hier sind Strategien, die du als einzelner Mensch umsetzen kannst. Erstens praktiziere Dankbarkeit und Akzeptanz. Anstatt dich ständig nach mehr zu sehnen, fokussiere dich auf das, was du bereits hast. Dankbarkeit schafft Zufriedenheit im gegenwärtigen Moment und hilft dir, das Gefühl von nie genug zu überwinden. Zweitens. Akzeptiere das Unperfekte. Erkenne an, dass das Leben nicht immer perfekt ist und das Streben nach Perfektion oft zu Frustration führt. Akzeptiere Fehler und Unvollkommenheiten als Teil des Prozesses. Drittens. Investiere in tiefe, authentische Beziehungen. Kultiviere Verbindungen mit Menschen, die dich unterstützen und dir guttun. Echte soziale Verbundenheit ist ein entscheidender Faktor für langfristiges Wohlbefinden. Viertens. Praktiziere Selbstmitgefühl. Arbeite daran, dich selbst mit den Augen eines Freundes zu sehen. Statt dich ständig selbst zu kritisieren, übe dich darin, freundlich und nachsichtig mit dir selbst umzugehen, besonders in schwierigen Zeiten. Fünftens. Pflege dein Stressmanagement. Lerne Techniken wie Meditation, Yoga oder Atemübungen, um Stress abzubauen. Schaffe Auszeiten und sorge dafür, dass Entspannung einen festen Platz in deinem Alltag hat. Sechstens. Suche Bestätigung in dir selbst. Anstatt dein Selbstwertgefühl von äußerer Anerkennung abhängig zu machen, entwickle ein starkes Gefühl inneren Selbstwerts. Werde dir bewusst, dass dein Wert nicht von der Meinung anderer abhängt. Siebtens. Vergleiche dich weniger mit anderen. Konzentriere dich darauf, deinen eigenen Fortschritt und deine eigenen Ziele zu verfolgen. Der Vergleich mit anderen kann zu ständiger Unzufriedenheit führen, während du durch die Fokussierung auf dich selbst deinen eigenen Weg gehst. Achtens. Bewusster Konsum. Achte darauf, was du konsumierst. Sei es in Form von Medien, Lebensstil oder materiellen Gütern. Frage dich, ob diese Dinge wirklich zu deinem Wohlbefinden beitragen und finde Erfüllung in immateriellen Werten wie Erfahrungen, Beziehungen oder persönlichem Wachstum. Neuntens. Vergebung und Loslassen von Schuldgefühlen. Arbeite daran, dir selbst und anderen zu vergeben. Lasse Schuld und Scham hinter dir, um inneren Frieden zu finden. Es ist ein entscheidender Schritt, um voranzukommen und nicht in negativen Emotionen stecken zu bleiben. Zehntens. Praktiziere Achtsamkeit und Präsenz. Entwickele die Fähigkeit, im gegenwärtigen Moment zu leben. Durch Achtsamkeit kannst du deine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt lenken und Freude im Augenblick erleben, anstatt in Sorgen oder Bedauern zu verharren. Indem du diese Prinzipien im Alltag anwendest, entwickelst du eine starke innere Widerstandskraft gegen Einflüsse, die dein Wohlbefinden und deine Zufriedenheit untergraben könnten. Chat-GPT. Ende. Okay, ich gebe zu. Diese Tipps und Methoden einfach aufzuzählen, ist das eine. Sie wirklich zu praktizieren, das ist was ganz anderes. Darin liegt oft eine große Kunst und eine achtsame Entwicklungsreise. Im Grunde können wir hier von Kompetenzen sprechen. Das, was Chat-GPT hier aufgezählt hat, können wir als Fachwissen oder Methodenkompetenz bezeichnen. Das bringt uns allerdings gar nichts, wenn wir nicht die Selbstkompetenz haben, wirklich diese zehn Punkte auch anwenden zu können. Oder wenn wir nicht die Sozialkompetenz haben, um mit anderen Menschen wirklich tiefe Verbindungen aufbauen zu können. Darum fällt uns das Umsetzen häufig viel schwerer als das reine Aufzählen. Denn Fach- und Methodenwissen durch das Aufzählen von Punkten unter Beweis zu stellen, ist das eine. Aber die Selbstkompetenz oder die Sozialkompetenz zu entwickeln, um das Ganze umzusetzen, das ist der eigentliche Kern. Und je nach Vorgeschichte und Biografie sind wir da alle auf einem ganz eigenen, unterschiedlichen und individuellen Weg. Mir ist es daher wichtig zu sagen, dass diese zugegebenermaßen schnell gesagten Tipps nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Vielleicht sind sie eigentlich vielmehr das Gegenteil. Ein schöner Start und eine liebevolle Erinnerung. Wir können sie uns mit Sicherheit immer wieder vor Augen halten und genauso gut, wie es eben gerade möglich ist, versuchen zu praktizieren. Nicht immer, aber immer wieder. Denn eins ist sicher, der zweite Punkteplan ist dem Erleben von Wohlbefinden mit Sicherheit zuträglicher als der erste. Und falls du übrigens gerade vor einer individuellen Herausforderung oder einer größeren Veränderung stehst und dir dabei Sparring oder Begleitung von außen wünschst, dann schreib mir gerne eine E-Mail an hallo at humansarehappy.org. Im ersten Schritt finden wir dann gemeinsam und für dich natürlich kostenlos heraus, ob und wie ich dich auf deiner Reise unterstützen kann. Ich freue mich schon jetzt sehr auf dich. Und auch das mag ich an dieser Stelle direkt ankündigen. Ab Mitte November biete ich erstmals eine 10-wöchige Online-Klasse an, die auf der wissenschaftlichen Grundlage des Schulfaches Glück basiert. Das Ziel dieses begleiteten Online-Kurses ist es, dich beim Aufbau von Kompetenzen zu unterstützen, um das eigene Leben gelingend zu gestalten. Erreicht wird dieses Ziel über eine ressourcenorientierte Auseinandersetzung mit dir selber, auf Grundlage von wissenschaftlich validen Modellen und praktisch erprobten Methoden. Ein wichtiger Aspekt der Online-Klasse ist übrigens, dass die maximale Anzahl auf 25 Teilnehmende begrenzt ist. Das ist wichtig, um eine vertrauensvolle Einbindung in die Gruppe und eine persönliche Begleitung durch mich sicherzustellen. Wenn du die Möglichkeit haben möchtest, den Kurs bevorzugt buchen zu können, dann trage dich gerne in den Verteiler ein, den du unten auf der Seite humansarehappy.org slash Einzelpersonen findest. Dort wirst du dann rechtzeitig über alle konkreten Inhalte, Abläufe und Preise informiert. Noch einmal und wirklich aus vollem Herzen. Ich freue mich auf dich. In der nächsten Woche geht es dann hier wieder weiter mit einem Interview, dann mit Dami Schaaf über das Thema Selbstakzeptanz. Jetzt sage ich aber erst einmal bis dahin, hab eine tolle Woche, dein Leo.